So, ja, so, da war wieder eine Nachricht, aber es ist ja nicht lang, so, nächste Flak, so, das schafft ihr, oder? Hä? Jetzt haben sie es nicht geschafft, komischerweise, okay. So, die Fünf-Männiken können wir diesen Gui-Panzer da platt machen. Und, äh, nächsten Mammut-Panzer kann vom Stapel laufen. Dann könnt ihr es mal reparieren. Es bewegt sich was, Freunde, es bewegt sich was hier. So, nächste Flak. Ha, geschafft schon, geil. Okay, da könnt ihr mal sehen, wie viel Schaden die Fünf-Männiken machen können. Schon krass, ja? Schaut euch das an. Wir können zwei Mini-Panzer aus dem Weg räumen. Das ist schon heftig. Hier unten sind Edelsteine, ne? Genau, stimmt, hab ich vergessen. Hier unten sind auch noch ein paar Edelsteine. So, dann machen wir die ganzen Raxios da weg. So, okay. Dann noch eine Tetzler-Spule. Ja, natürlich, ist klar. So, dann kommt ein Sammler mal hier hin, bitte. Zu den Edelsteinen. So, der Panzer steht da noch. So, vier Mix, zack. So. Ach, der eine, der hat sogar noch hier Dings. Okay, dann. Okay, dann. So. Ah, da habt ihr mal gesehen, wie scheiße die Bomben eigentlich gegen Infanterie sind, ne? Naja, okay. Das passt aber schon. So, Helikopter. Wo packe ich die denn jetzt noch hin? Die Hubschrauber habe ich ganz vergessen. Habe ich ganz... Ernsthaft? Eine MIG ist weg. Okay. Haben die mir einen runtergeholt, die Penner? Ja, krass. Krass. Oh! Vier Gummipanzer, okay. Dann fahrt man in die Tetzler-Spule rein. Wenn die nur auf den Mammutpanzer schießen, dann, äh, ja. So. Dann, äh, ja. Ah, die Hubschrauber. Hahaha. Vergiss es. Nein, 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 nein. Hier, du bleibst schön in der Basis. So, damit du die mal schön hier reinziehen kannst. Die, die scheiß Hubschrauber. So, und weg damit. Sehr gut. Nein! Scheiße. Oh, falsche Taste gedrückt, ey. Shit. Egal. Komm, bau nach. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, das Geld, das fließt ja, ne? So, dann baue ich auch mal einen nächsten Mammutpanzer hier direkt. So. So, gut. Ja, wie gesagt, also, genieß einfach die Mucke, wenn ich auf einmal aufhöre zu reden, ne? Ich weiß nicht, im Moment ist halt jemand sehr, sehr gesprächsfreudig bei mir. Das ist... Oh, wir haben die Fallschirmbomben. Okay. Der kann mal hier hin. Die Manneken dann herfen. So. Äh, warte mal auf den Bomber. Mal gucken, ob der trifft. Mal gucken, ob der trifft. Was? Ernsthaft? Eine Rakete und das Ding ist im Arsch, oder was? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, dann, das macht ihr, ne? Ja, sehr schön. Okay. Cool. Dann, äh... Oh, was ist das denn hier? Der hat Radarstörgeräte. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. So, nächste Hubschrauber. Meine Lieblingswaffe hier. Also meine Lieblings, äh, Hubschrauber. Und hier seht ihr, da ist das, äh, Tech-Zentrum von dem. Werde ich auch gleich einnehmen. Äh, ich bosche meinen Ingenieur. So, es kann sein... Ah ja, okay. Es kann sein, dass das nicht passt. Äh, äh... Ne, bau kleine. Kleine Kraftwerke, so. Was willst du denn schon wieder hier mit deinem Minischeiß? Jetzt war ganz ehrlich. Geht mal in die Tesla-Spulen. So. Lass das mal die Tesla-Spulen machen. Ich glaube, ich sammle die auch erstmal hier in der Basis. Meine Einheiten... Oh! Ernsthaft? Warum das denn? Haha. Warum das denn? So. Noch ein Kraftwerk. Und, äh... Raketenwerfer mal. Ich hab nämlich nur einen und das geht nicht. Ich brauch mehr Raketenwerfer. Haha. So, dann den nächsten Helikopter. Zwei Stück noch. Eine Tesla-Spule hierhin und dann passt das. Dann kann ich mich voll auf den Angriff konzentrieren. So. Nächsten Mammutpanzer. Ja, das passt auch. Das wird schon Schritt für Schritt immer mehr. Was kommt der da mit Männiken an? Hä? Okay. Und wo fährt denn der Sammler hin? Warum sammelst du nicht das hier oben? So. Dann, ja. Nein, 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 nein. Oh, Gottes Willen. Fahr nicht da unten rein, bitte. Fahr einfach hier hin. Aber hier unten, seht ihr, ist alles voll. So. Dann, äh... Die Hubschrauber mal da hin. Hubschrauber sind fertig. Sehr gut. Was? Was war das denn? Warum ist ein Sammler weg? Ach, diese Drecksminen hier, ey. Hat der noch eine gelegt? Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ja, dann renn wir hier rein. Da ist nämlich eine Basis von dem. Und, äh, ja. Ach, Mann. Ja, gut. Komm. Ist egal. So. Die sind alle fertig repariert. Sehr gut. So. Alles klar. Habe ich noch irgendeine Aktion hier? Äh, äh... Ne. Aber eine Mix kann nicht... Eine Mix ist schon wieder weg. Warum sterben die Mix hier am laufenden Band? Warum? Ach, Mensch. Ach, das war mein... Ach so. Ja, okay. Da seht ihr mal, wie viel Scheiße der hier unten hat, ne? Das ist nämlich die Basis von dem, ja. So, dann heißt es jetzt wieder ein bisschen abwarten. Kaum ist ein Sammler weg und schon, äh... Aha. Was macht der denn? Jetzt kommt der auf einmal mit Spawn an, da. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, gut. Es wird nichts fertig. Ernsthaft? Wo ist der Sammler? Da ist der Sammler. So, zack, zack. Meine Güte, ey. So, alles fertig. Sehr gut. Der Rest kann reparieren. Zum Reparieren benutzt werden, so. So, dann baue ich danach noch eine Tesla-Spule. Ah, coole Mucke. Biu, biu. Hört sich cool an. So. 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 Alles klar. Alter, schwierig, ey. So, hier unten ist es jetzt aufgedeckt. Gut. Dann baue ich die letzte Tesla-Spule hier. Und dann haben wir das. So. Sehr gut. Dann haben wir hier... Aha! Was ist das denn? Da sind seine beiden Sammler. Okay. So, dann... Seid ihr mal Team 3. So, dann macht den kaputt los. Mit vereinten Kräften. Das ist aber so geil. Guckt euch mal den Schaden an, ey. Es reicht sogar fast. Es reicht sogar fast, ne? Reicht das? Leider nicht. Leider nicht. Ja, komm, dann lass es gut sein. Dann ist okay. Nein, 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 nein. Nicht auf dem Boden. Ein Schlachtkreuzer. Ernsthaft. Ja, kommt. Dann, äh, muss ich mich jetzt hier freikämpfen. Alles klar. Dann nehme ich mal die Einheiten hier. Und, äh, gehe ich schon mal voran. So. Mit dem Manneken kann ich erstmal hier ein bisschen Stress machen. Sieben Manneken. Die können erstmal die ganzen Raxi-Rus hier weg machen. Und den hier kaputt machen, vor allem. Der ist nämlich schon angekratzt. Und das schaffen die locker. Wie ihr seht. Das ist so geil mit dem Fünf-Manneken. Also, echt. Nicht zu unterschätzen. Nicht zu unterschätzen. Nein. So. Wo ist der Mammutpanzer? Wo ist der Mammut? Da ist der Mammutpanzer. Aha, was kommt denn da an? Da kommt ein Chinook an. Okay. Krass. Aha. Oh. Mensch. Shit, man. Der Schlachtgräußer, ne? Da kommt noch ein Chinook. Krass. Okay. Was will der mit den ganzen Chinooks jetzt hier? So. Tester Spule direkt platt machen, den Sammler. So, das schafft ihr. Sehr schön. Geil. Okay. Sehr gut. Der Schlacht... So, ihr Sammler, ihr könnt jetzt eigentlich... Alter! Was macht ihr denn da? Mensch. Warum fahrt ihr nicht einfach platt? So, dann schieß einfach mal drauf und dann... Ich hab ja jetzt die Mammutpanzer dabei, die sind besser gegen wenigen. Gut, dann könnt ihr mal hier sammeln. Ihr Sammler könnt jetzt mal hier sammeln. Oh! Vier Gummipanzer. Krass. So. Dann wollen wir die mal platt machen. Ach, so. Wir kämpfen uns hier den Weg frei, sozusagen. Das ist wie bei den Volksbanken Reifeisenbanken. Wir machen den Weg frei. Genau so. Genau. Und dann hier, zack, weg damit. Und dann, äh, kannst du mal hier reinfahren, einfach. Nein! Dumme Rack-Virus, ey. Wirklich. So, weg damit, weg damit, weg damit. So. Hallo? Was war das denn? So, dann kann ich jetzt mal den Ingenieur hier hinholen. Und das mal abschwächen bis in den roten Bereich. Du sollst doch sammeln, hallo? Oh, reicht schon. Reicht schon. Um Gottes Willen. Da ist der Ingenieur. So, der kann das mal einnehmen. Für uns. So. Oh. Oh! Was? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, ey. Nee. Was macht er denn jetzt? Lass mal den Ingenieur da oben, bitte. Ah, der will das beschützen. Ah, ich verstehe schon, ja. Ja, okay. Dann, äh, mache ich mich jetzt erstmal bereit hier. So. Dann, äh. Ah, der will das beschützen. Alles klar. Ich verstehe schon. Mach das mal kaputt, da. Artillerie. Ja. Ja, der will das beschützen. Jetzt, ja. So. Alles klar. Ja, lass den ruhig in die Tesla-Spulen reinfahren. Das ist in Ordnung. Aber das reicht nicht, mein Freund. So, ich hab mir, äh, jede Menge Marmut-Panzer. Jetzt nehm ich das ein. So. Reicht jetzt. Der war mal Kammer da drauf. Mal gucken, ob das was bringt. Nee, der fliegt natürlich wieder, äh, über die, quer über die gegnerische Basis. Naja, egal. So, dann können halt die fünf Männiken den Plan machen hier. So, mach den mal kaputt. So. Kann ich dann, hab ich da neue Bauoptionen, wenn ich ihn einnehme? Ah, nein, aber die Energie reicht nicht. Oh, fuck, ey. Ich hasse das mit der Energie hier. Ja, die bewegen sich jetzt, aber ist egal. So. Mal ganz schnell hier. Und zack. Ich müsste eigentlich noch, ja, ja, ich muss hier unten noch eine Tesla-Spule hinbauen. Ohne zu verteidigen. Nein, brauche ich nicht. So. So. Noch ein Kraftwerk und dann noch eine Tesla-Spule und dann mal einen Raketenwerfer. Ja, es gibt unglaublich viel zu kommentieren hier immer bei Commander Conker. Das finde ich ja auch so geil. Passiert immer was, ja. Passiert immer was. So, hier hat er Schlachtkreuzer. Das gefällt mir nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, so, dann warte ich. Oh, was geht denn da ab? Wie viele Manneken hatten der? Ach du Scheiße, zehn Manneken. Oder wie viel? Noch mehr, ja. So, dann schieß einfach mal rein, Mammutpanzer. So, dann weg mit dem ganzen Scheiß da. Mammutpanzer haben, äh, die Manneken haben auch gegen Mammutpanzer keine Chance. So, ja. Ja, so, dann kann die Tesla-Spule mal hier vor. Schön platziert. Und dann, würde ich sagen, können wir uns mal für den Angriff rüsten. Bauen wir noch ein paar Raketenwerfer. Wo sind die Raketenwerfer? Da sind die Raketenwerfer. Hat der Flachs hier? Nö. Dann die Hubschrauber und die Mix, die muss ich mal neu gruppieren. So. Dann macht das, dass die Zeit gleich einkommt, äh? Ne, die Hubschrauber sind schneller, okay. Das finde ich aber sehr cool, weil, äh, ja. Beweg dich nicht. Nein, um Gottes Willen. Ah, ist der weg? Nein, ist er nicht. Shit. Ach, Mann. Egal. Neu-Hubschrauber. Hint, okay. Ja, da seht ihr den Spionagesatelliten, ne? Also, wir müssen jetzt nichts mehr aufdecken, sondern einfach nur, ähm, abwarten, bis der Satellit kommt. Aber ich schicke das Flugzeug trotzdem mal hier rein. Alter Schwede, ey. Diese Razzieros von dem, die machen so viel Schaden. Krass. Ja. So. Hier ist schon der nächste Hubschrauber. Sammeln die drei? Die sammeln alle sehr gut, okay. Ja, korrekt. Dann, äh, würde ich sagen, baue ich jetzt noch ein paar Einheiten und dann würde ich sagen, äh, schaue ich mal bei ihm vorbei. Ich schaue mal gerade, ob der noch aufnimmt. Jawohl. Auch schon 35 Minuten. Krass, Freude. Gar nicht mal schlecht. Also, die Mission könnte sich auch ein bisschen ziehen, ja. So. Alles klar. Wie lange braucht der noch? Bisschen noch. So. Das mache ich mal lieber nur mit den Hubschraubern hier. Weil ich habe keinen Bock, dass die Mix dann hier in irgendwelche Flags reinfliegen, ne. Ja, ob die drei reichen, weiß ich nicht. Seht ihr das? Die machen kaum Schaden. Ne, leider nicht. Okay, raus da, raus da, raus da. Nein, 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 nein. Der will dich, der will dich nur irgendwo reinlocken. Nein, 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 nein. Okay. So. Könnt ihr euch mal da sammeln? Der muss noch repariert werden. So. Dün, 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 dün. Diese Mucke, ey. Ja. So. Na gut, dann lass das mal. Ja, ich muss hier auf jeden Fall ein Gebäude einnehmen, ne, weil ich muss ja irgendwie an die Küste kommen, weil ich muss ja hier auf die Insel und die Technologiezentren einnehmen, die für die Chronosphäre gedacht sind. Weil Starnien will die hier unbedingt haben, weil Starnien will die hier unbedingt haben. So, alles klar, dann würde ich sagen, wollen wir mal weitere Raketen. Ziel wählen. Das Flugzeug schiebe ich jetzt einfach mal da rein, so. Einfach, weil es bereit ist. Aha. Seht ihr? Jetzt haben wir hier den Spionagesatelliten. Und, äh, hier hinten kann ich schon mal die Einheiten da platt machen. Für Freniken, die reichen schon. Die machen sogar gar nichts. Schaut euch das an. Die machen gar nichts. Was, 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 was. Aha, Hubschrauber. Okay. Penner, ja, Penner. Ja, schafft ihr den? Ne, ich glaube leider nicht, oder? Guck mal, wie er sich nicht entscheiden kann. Siehst du auf sie so, öh, öh, öh. Geil. Ah, schade. Aber das war schon ganz gut eigentlich, ja. So, weiteren Mammutpanzer, bitte. Der ist noch angeschlagen. Ich würde gerne alle voll haben. Oh, Raketenwerfer haben wir schon schön viele, ja. So. Sehr gut, dann brauche ich eigentlich nur noch Mammutpanzer. Und die Hubschrauber noch reparieren? Ach, die Hubschrauber. Die Flugzeuge noch reparieren, da passt das. So, geile Mucke, ja. Richtig keine Mucke. Ein Ingenieur brauche ich noch. Für irgendein Gebäude hier unten. Am besten das, aber das kann man ja nicht einnehmen, schade. Ich würde sagen, sogar den Bauhof dann, ja. Den Bauhof. Spionage brauche ich jetzt nicht mehr. Das brauche ich jetzt nicht mehr, so. Alles klar, ich habe wieder kein Geld. Chronisches Problem, ja. So, der Ingenieur ist fertig. Dann machen wir noch ein paar Mammutpanzer. So. Yo, das sieht doch schon ein bisschen anders aus. Alter Schwede. So. Jetzt haben wir acht Mammutpanzer und fünf Raketenwerfer. Schon mal nett, schon mal nett auf jeden Fall. Da muss aber noch mehr. Da brauche ich aber noch mehr. So, fliegt da einfach ein. Alles klar. Gut. Ah, die sind weit weg deswegen. Naja. Naja, deswegen braucht das so lange. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch machen und das mal speichern. Weil dann geht es ein bisschen schneller. So. Ja, schön schnell. Schön angenehm. So. Weil ich möchte nicht so lange warten. So. Alles klar. Dann sammeln sich jetzt hier alle meine Einheiten. Und dann können wir gleich loslegen. Ja, genau. Hier ist noch abgedeckt. Ist halt wegen den Schattengeneratoren. Und hier ist die Chronosphäre drauf. Und deswegen müssen wir auch unbedingt hier ein Gebäude einnehmen. Ich glaube sogar den Bauhof, weil... Ähm... Ja... Ähm... Wenn ich das... Wenn ich den einnehme, dann... Äh... Stimmt. Wenn ich den einnehme, dann kommt die, ne? Ah, komm. Macht. Auch wenn er... Warte mal. Nein, 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 nein. Oh, die sind ganz schön schnell. So. Alter! Die haben jetzt wirklich... ... mir eine MIG wieder weggenommen. Das ist so krass, wie stark die sind. Die Rack-Sirus von denen. Aber der Schlachtkreuzer ist weg. Das ist schon mal gut. Einer ist zumindest... Einer ist zumindest schon mal weg. Fehlt nur noch der hier. Aber den kann ich ja mit den Hubschraubern machen. So. Ah, ist das krass schnell, ey. Bestätigt. Ja. Nein, da sind... Oh! Noch mehr Flaks. Scheiße, Mann. Ja. Ja, das habe ich jetzt nicht... Shit. Ja. Knall mir ruhig alle weg. Alter. Okay, das ist keine gute Idee. Das ist keine gute Idee. Nein. Ja, gut. Na dann, äh... Repariert die erst mal. So, du kannst direkt hier drauf. Gut. Dann muss ich, äh... Hier gucken, dass ich hier irgendwie was... Dass ich den erst mal repariert kriege, hier. So. So.